So, und weiter geht's. Blop, 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 oh, falsch, ganz falsch. Ich muss hier raus, ganz woanders hin. Habe ich den Aufzug jetzt zur Verfügung, oder muss ich wieder zu Fuß nach oben? Äh, ich kann den Aufzug benutzen. Sehr gut. Horalen, äh, Quatsch, ähm, Tentakelviecher. Ja, ja, ich bin hier auf dem Weg. Ah, noch mal zur Brücke. Ich meine, ist es nicht ganz untypisch, dass man von der Brücke aus letztendlich die Selbstverstörung einleitet, aber... Oh, man. Ja, doch. Phantomleiche. Wupp, 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 uah. Komm schon. Hui. Schneller, ich hab keine Zeit. Ich will das jetzt beenden heute. Koralle, Koralle, Koralle. Lass mich durch. So, jetzt nochmal Talos 1 im Schnelldurchlauf. Zack, wobei, Schnelldurchlauf mit Ladebildschirm haut nicht so richtig hin bei Prey, das wissen wir ja. Ja, und ich glaube übrigens, dass ich inzwischen schon längst noch eine neue Folge angefangen habe. Weil ich ja jetzt ungefähr 30 Minuten hatte, Aufnahme mit den anderen beiden. Also, wundert euch nicht, wenn ich gerade tatsächlich in der neuen Aufnahme schon wieder bin. Deswegen kann ich vielleicht nochmal jetzt rückblickend sagen, willkommen zurück zu Prey und der finalen Aufnahme zum Dritten. Äh, jetzt das erste Ende gleich voraus und das zweite wird auch nochmal ein bisschen länger dauern und entsprechend... Ich glaube, ich bin noch eine halbe Stunde plus am Aufnehmen, wenn man dann die Endcredits ziehen und so weiter noch mitrechnet. Die ich mir angucken werden muss. Bumm, 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 bumm. Wow. Schuuu. Naja, mal schauen. Bin sehr gespannt. Bin auch sehr gespannt, was allgemein sowieso passiert hier. Wow, ihr habt Kräutergeister auch noch? Klar, auch nicht. Also, mit Schnauze gehauen, das Ding, dann passt das schon. So. Kann ich per Teleport mich auf die Brücke bewegen? Ich meine, so Star Trek-mäßig ist doch total doof, hier durchzulaufen. Weil, ganz ehrlich, der kämpft dann jetzt noch gegen die ganzen Viecher an der Stelle. Man läuft doch eh nur durch. Weil, das kämpft keinen Sinn, wenn man sowieso alles zerstürmelt gleich und so weiter. Ist ja nicht so, dass man jetzt hier Gegner hat, die sich einmal in den Weg stellen und nicht erwunden werden können. Im Gegenteil, die kriege ich alle tot. Und das Lustigste ist ja, ich könnte jetzt immer noch den anderen Weg einschlagen in der Hauptmission. Also, Nullwellentransmitter platzieren. Ging ja immer noch. Tja. Nur, dass Alex tot ist und ich hoffe, ihn ja irgendwie doch am Leben zu halten. So, wo muss ich jetzt hin? Aburitum, ne? Von da aus komme ich zur Brücke. Ja. Ich denke, ich muss dann ganz oben fahren. Äh, ehrlich, vom Aburitum zu und zurück und normal. Das ist eine einzige Strapaze. Also, das haben die wirklich jetzt hier echt total super ausgedacht mit dem ganzen Ladebildschirm gedöhnt. Man, ich weiß doch genau, was hier nerven wird. Man, da würde ich für diese Stelle zum Schluss zumindest irgendwie einen Schnelldurchlauf machen können. Einen Shortcut oder sowas. Der sieht einfach nur dann auftut, wenn man hier schon bei der Sequenz ist. Oder echt würde ich das teleportieren. Weil, wie gesagt, kein Schwein kämpft hier in die Viecher jetzt noch auf der Stelle. Weil, wozu auch? Hm. Und, ja, man muss ja auch nicht. Man kann einfach durchlaufen, problemlos, wie man sehen kann gerade. Ich verstehe den Sinn, der ist echt absolut nicht, dass man jetzt total verkehrt, als man machen muss, durchlaufen muss. Das ist schon wirklich nervig irgendwie. Ich bin jetzt vier Minuten am Spielen wieder, obwohl ich eigentlich nur von A nach B laufe. Ich habe nichts erreicht, bin nur gelaufen, habe nichts getötet. Nur Ladebildschirme gab es eigentlich. Trotzdem dauert das so lange. Das ist, ah, schon bedenklich. Mikrogravitation entdeckt. Ach, da war ja was. Lalalala. Lalalala. Au. Au, nicht so schnell, nicht so weit. Hi. Ja, ich freue mich auch, wie blöd. Komm runter, komm runter. Au. Toll. Ich wurde Elektromschuh-Schnurier. Elektro, elektro. Geht er hier trotzdem? Pjuu, scheinbar schon. Schweb, schweb, schweb. Ab zur Brücke. Also, das ist jetzt das einzige Mal, wo ich zur Brücke muss, fällt mir dazu auf. Ich war ja auf der Brücke schon gewesen, aber es war ja optional. Stimmt gar nicht, nein. Auch das war wegen einer Quest, wegen dem Koch nämlich. Aber auf die eigentliche Brücke per se komme ich jetzt bloß wegen dieser Hauptquest. Der letzten Hauptquest. Ich war ja vorher war ja optional wegen der Quest bei den Shuttle-Rampen der Brücke, aber eben nicht selbst auf der Brücke. Da war ich zwar gewesen, aber die hatten ich nicht gezogenerweise, wenn du so willst. Schon faszinierend. Ja, aber... Ach, wenn ihr wüsstet. Wenn ihr wüsstet. Morgen, es ist alles bereit. Nach der Schlüsselaktivierung wird der Ausführungsbefehl über Captain Marks Terminal erteilt. Ich kann das nicht ausführen. Die Verantwortung liegt bei Ihnen. Na toll. Na, super toll. Na dann. Guten Morgen, Talos. Sicher. Warnung, drohende Reaktor... Es ist erledigt. Ihre gesamten Anweisungen wurden umgesetzt. Nächstes und letztes Thema. Ihr Geist ist frei von signifikanten Typhon-Neuromods. Ich glaube, ihr Risiko für die Erde ist minimal. Aber trotz meiner Überzeugung kann ich nicht entgegen meiner Anweisungen handeln. Andererseits sollte ich irreparable Systemschäden erleiden, könnte ich ihre Flucht nicht stören. Es würde sie nichts davon abhalten, mit ihren Kollegen an Bord von Dals Shuttle zu verschwinden. Ach so. Ich wollte nur, dass sie das wissen. Auf Wiedersehen, Morgan. Also kann ich immer noch... Hä? Aktiviert. Könnte ich immer noch mich selbst retten? Alle anderen auch, ja? Auf Wiedersehen, Morgan. Ähm. Das ist ja geil. Jetzt hauen sie eigentlich alle ab ohne mich. Das ist ja auch ein Ding. Ähm. Das heißt... Ah, ich habe jetzt so viele mögliche Änderungsmöglichkeiten. Das ist ja schlimm. Aber das Ding ist halt... Ähm. Oh. Dass ich jetzt, äh... Das hätte ich jetzt da nicht gerettet, wenn alle tot auf der Station. Und so... Wo muss ich jetzt hin eigentlich? Mal gucken, die Karte gucken. Das ist ja echt ein Ding. Brücke bin ich. Oh, Shuttle-Dock muss ich. Das dauert sowieso Ewigkeit, bis ich da bin, ne? Also bis das hier um uns die Zeit hat. Also ich fliege mal zum Shuttle hin. Das ist ja echt... Also... Ach. Dann habe ich ja jetzt mindestens drei Enden, die ich haben kann. Einmal, wo ich sterbe... Äh, äh, äh... Wo ich auf der Stütze alleine sterbe. Dann, wo ich mit denen mitfliege und die Station stirbt. Dann hätte ich noch eins haben können, wo Dahl tot ist. Das heißt, die hätten nicht fliegen können im Shuttle. Oder ich da umbringen können natürlich auch. Und wäre dann entweder alleine losgeflogen oder alleine hier geblieben. Also vier Enden dafür schon. Und dann noch das Ende, was ich jetzt gar nicht gemacht habe. Nämlich die Nullwellen Gravitatoren und Geschichte zu aktivieren. Also... Meine Fresse. Ich würde gern alles zeigen, alles erleben. Aber ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf, weil es so viel ist. Das wäre eigentlich schon zu viel. Das will ich alles. Es ist vor der Zeit ja gar nicht mehr so richtig machbar und keine Ahnung. Alles und mögliche und... Mäh. Na komm. Wäre doch ein Witz, wenn man das nicht schafft. Wir schaffen hier in fünf Minuten oder was. Zack. Und weiter geht's. Und das ist alles bloß, nur mal gleich neu zu laden und das andere Ende dann anzugucken. Unglaublich. Oh. Aber es ist schon komisch, dass January es doch noch meinte. Ja, meine Güte. Hau mich halt K.O. und ich kann hier nicht aufhalten. Warum sagt er das? Also widerspricht er. Also es ist ja doch wie ein vertrauenswürdiges irgendwas. Zumal das was ich jetzt mache zwangsläufig der schlechte Ende sein muss, denn Taifern werden jetzt nicht aufgehalten, wenn die Station zerstört wird. Nehme ich mal stark an. Noch ein Anruf. Ich weiß nicht, ob sie es bemerkt haben, aber da reißt Alien-Materie den Rumpf auf. Sie müssen los. Bin ich auf dem Weg? Alle Fenster der Station. Es verschlingt alles. Es ist überall. Wo bist du denn eigentlich? Bist du noch in meinem Büro oder wie? Das wäre ja was. Äh, von der Lobby aus zum Shuttle-Dock. Oh. Oh. Das ist jetzt ungünstig. Ich komme da nicht hin. Die Kalle ist zu. Ich müsste über die Guts gehen. Ach, ist das gay. Das ist verriegelt. Ich schaffe das nicht. Wobei das hier trotzdem nicht rot ist. Also ich weiß nicht. Oh, das ist bloß der Außenbereich. Der Außenbereich ist zu. Ne, das heißt das. Luftschleuse. Ja, gut. Okay. Da muss ich trotzdem durchkommen. Der Wiki ist nicht rot. Das ist alles, glaube ich, noch okay. Alles gut. Habt noch vier Minuten. Ich gucke mal fix in meinem Büro. Die Zeit muss sein. Gucken, ob die gute Mika Eier. Los oder nicht? Aber das muss ich nochmal gucken, ob die jetzt da ist. Es ist mir ein Bedürfnis einfach. Ein innerliches. Wehe, du bist noch da übrigens. Nein, ist es hier nicht. Okay, gut. Wollte nur noch nochmal sicher gehen. Ich bin ja ein... Guten Morgen bin ich ja. Juhu. Nicht so weit. So, nochmal ein Ladebildschirm. Weil wir haben davon auch nicht genug gehabt heute in der Folge. Also im Prinzip 50% der Aufnahme, gerade von den 11 Minuten seit meiner Neustartaufnahme, sind eigentlich bloß Ladebildschirm. Das ist wirklich total toll. Und da freut man sich auch im Ast und überhaupt... Naja. Da ist es besser. Ja, ja, komm. Jetzt mach hier. Quietsch, quietsch, quietsch. Ich roll ein bisschen in dem Stuhl herum, weil ich's kann und weil ich langweile hab. Yeah. Aber ich hab's echt locker noch auf 30 plus Minuten hier die Aufnahme. Oha. Viele bunte Gegner. Q-Strahl ohne Ende. Äh, hallo? Aua. Autschi. Aaaaaah. Zack, zack. Ich hab' den Typen. Bumm. Ja, ja. Bin ja schon. Am. Scan. Ach, ich geh's lieber rein hier. Hilfe. Ende eingeleitet. So, Leute. Da wär' ich dann. Warnung. Drohende Reaktordentonation. Talos 1, bitte evakuieren. Sie haben es geschafft. Ich weiß, was passiert ist. Wo ist der Rest von uns? Es war nicht nur ihre Schuld. Sie haben mir und meinen Leuten geholfen. Ich erzähle auf der Erde, was sie für uns im Frachtraum getan haben. Wo ist der Rest von uns? Wann hast du die Leute gewesen hier? Wir können starten. Ich bin da. Übrigens. Jetzt kommt das Feuerwerk. Ich hoffe, es ist groß genug. Wissen Sie, ich dachte, sie hätten die Station wegen der Sache zwischen uns verlassen. Und weil ich sie wegen meiner Krankheit belogen habe. Ich war wütend auf sie. Und auf mich. Ja, ja. Aber ich bin froh, dass sie jetzt hier bei mir sind. Und mir gefällt, was aus ihnen geworden ist. Ja, ne? Sie haben die Stärke meines Vaters. Und ich glaube, dass das bestimmte Platz, der reserviert gewesen wäre, für den... Wovor warten wir noch? Ein Heini aus dem Ziel. Alles frei. Ich denke, muss also Leute hier retten können. Bitte setzen Sie... Ja. Morgen. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen auf der Talos 1 zu arbeiten. Und mit Ihrem Bruder. Und vielen Dank für Leitners Neuromod. Maya hat sein Klavierspiel immer sehr geliebt. Das durfte nicht mit der Station untergehen. So, los geht's. Er hatte eine seltene Gabel und sein Talent sollte geteilt werden. Nicht nur mit mir. Ruhe jetzt. Auf geht's! Bereit oder nicht, das Ablegemanöver beginnt. Ich sehe gar nichts. Auf die Verpuffungen vor dem Flug scheiße ich. Ich sehe nichts. Halten Sie sich fest. Das wird ein rauer Flug. Okay. Na los. Ich halte mich doch schon fest. Geht hier ruhig jetzt auch nicht weg. Echt jetzt. Oh, das ist nicht mehr ernst. Ich habe immer diesen Traum. Ach, sie ist weg. Das war's jetzt? Das war jetzt echt das Ende? Keine Auflösung, nichts? Ähm. Ich halte mich diesen Traum. Schön. Also, dafür, dass mir Leute was von Mindfuck am Ende der Story erzählt haben, kann ich jetzt gerade sehr wenig davon erkennen. Also, überhaupt nichts eigentlich. Die Story war ziemlich linear. Nur, dass man sie eben zwischen zwei Seiten irgendwie entscheiden musste. Bis zum Schluss hin. Das ist alles. Also, jetzt groß, äh, äh, total. Wow! So eine unerwartete Wendung kam eigentlich gar nicht vor in dem Spiel. Bei diesem Ende wohlgemerkt. Ich weiß nicht, was das andere Ende vielleicht noch offenbart, aber meine Vermutung damit, da ist ein Mimik, dass, äh, kann ich so etwas springen? Irgendwie. Das sieht sich nochmal an. Ja, gut. Geht. Meine Vermutung, dass ich ja eigentlich, äh, verbrochener Ort, dass ich das gar nicht erlebt habe, sondern bloß in meinem Kopf war das Ganze, scheint sich jetzt gerade nicht zu bestätigen. Es sei denn, es kommt jetzt doch noch was. Mal gucken. Das ist offenbar, ich habe gerade ein Ladebildschirm nach den Credits, was ja auch ungewöhnlich sein dürfte. Aha. Aha. Ha, wusste ich es doch. Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist außergewöhnlich hoch. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Später hat es die Leitner-Konnektome besorgt. Sie hatten keinen praktischen Nutzen, waren für mich aber sehr bedeutsam. Es hat mehrere Typhon-basierte Neuromods installiert. Das könnte eine instinktive Rückkehr zu seiner Art bedeuten oder einen Versuch, beides zu vereinen. Am überraschendsten war es, dass es Dahl verschont hat. Vielleicht geschah das aus rein egoistischen Gründen. Er ermöglichte aber prinzipiell auch anderen, von der Talos 1 zu entkommen. Michaela? Hm. Ich wäre ohne meine Medizin gestorben. Das war nicht einfach. Ich glaube, das sagt viel über sein Herz aus. Kann man das so sagen? Es hat auch die Aufnahmen meines Vaters gefunden. Und dann... Ich hatte es nicht erwartet, aber ich durfte sie anhören. Trotz des selbstbelangten Inhalts. Es war bereit, sich selbst verletzlich zu machen. Dann war da dieser Mann in der Psychotronik. Ingram. Für ihn ist es nicht gut ausgegangen, aber... Würden sie es leben lassen? Ja. Naja, wie gesagt, der Typ ist gestorben leider. Sarah, Sie sind die nächste. Das war der Typ, nämlich Ingram. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Keiner von uns hätte ohne seine Hilfe überlebt. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein. Außerdem durchkreuzte es da als Plan, uns als Geiseln zu benutzen. Wäre das einer meiner Officer, bekäme es von mir eine Auszeichnung. Daniel, was meinen Sie? Es hat mich gefunden. Obwohl es das nicht musste. Ich habe es gebeten, Volontär 37 aufzuhalten. Das war gefährlich. Ich glaube, es besitzt einen Sinn für Vergeltung. Viele von den Typhon kontrollierte Menschen starben. Nicht, dass es leicht zu vermeiden gewesen wäre, aber... Ich glaube, es wäre das Risiko wert. Schließlich wollte es die Talos 1 zerstören. Warum? Um die Erde zu schützen? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Also sind wir von Anfang an ein Teil von gewesen und nichts anderes. Also keine richtige Alex, sondern bloß eine Art mimikt jetzt in Alex Voodoo oder hier oder was. Okay, das ist der Mindfuck. Da ist er. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung. Basierend auf Morgans Erinnerungen. Das ist die heutige Welt. Oh. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. Alle töten. Das ist ja total geil. Ich kann noch einmal was aussuchen. Unglaublich. Äh. Äh. Alle töten. Hihihi. Hihihi. Top. Alter, was für viele Details. Jetzt hier am Ende bedacht wurden. Was ich hätte machen können und nicht gemacht habe. Und so. Ob sowieso. Oh. Cool, jo. Also das ist geil. Aber jetzt habe ich alle getötet. Schön. So. Jetzt sehen wir uns gleich nochmal. Für die andere Aufnahme. Ich muss nochmal leuchten. Wegen dem scheiß Dingensdorf. Das nervt. Unglaublich. Das geht aber nicht weg. Meine Güte. Ehrlich jetzt. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Und da werde ich aber alle leben lassen. Der Pi ich bin, ne? So. Also alle getäuscht. Und dann umgebracht. Och. Geil. So. Bis gleich. Bis gleich.